Gesundheit bedeutet für mich nicht krank sein. Ja, es ist die Lebensbasis. Also was will man ohne Gesundheit? Kann man nichts machen. Für mich bedeutet Gesundheit eine positive Lebenseinstellung. Gesundheit bedeutet mir das Höchste. Alles was mit Spaß, mit Bewegung, mit Ernährung, mit gesunder und ausgewogener Ernährung zu tun hat. Und das macht es letztendlich aus. Denn je älter man wird, desto schneller ist der Verfall. Und es tut weh, wenn man älter wird und es funktioniert nicht mehr so richtig, wie es sein soll. Deshalb ist Gesundheit das A und O. Gerade um jung zu bleiben, ab einem gewissen Alter, denke ich, wird es noch wichtiger, sich zu bewegen. Ohne dass ich in Leistungssport verfalle. Und wenn mein Körper sich gut fühlt an verschiedenen Stellen, die vielleicht wichtig sind, ist auch meine Seele gesünder. Gesundheit bedeutet Freiheit. Spaß, Familie, Lachen. Gesundheit ist für mich das Allerwichtigste. Gesundheit ist für mich das Allerwichtigste. Aaaah. н